Liebe Finanzmensch, heute erfährst du, wie du mit Dividenden Geld verdienen kannst. Ich erkläre dir, was ein Dividende überhaupt ist und zeige dir meine teuflisch gute Dividenden-Geldrücker-Strategie. Zum Schluss stelle ich dir meine Top 11 Dividenden-Aktien vor. Deshalb solltest du das Video unbedingt ganz anschauen, um keinen Tipp zu verpassen. Ich teile mein komplettes Wissen ehrlich und offen mit dir. Alles, worum ich dich bitte, ist mein Kanal jetzt zu abonnieren, wenn du mehr Videos wie diese sehen willst. Aber genug geredet, nach dem Intro geht's sofort los. Was ist eine Dividende, kurz gesagt? Die Dividende ist ein Teil des Gewinns, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Damit dir der Begriff zu 666% klar ist, habe ich noch ein Beispiel für dich. Stell dir vor, du eröffnest eine Dönerbude. Du möchtest die größte deutsche Dönerkette werden. Um das zu erreichen, brauchst du vor allem eines, Geld. Irgendwie musst du deine Mitarbeiter ja bezahlen und Ventavi Tische und Dönermesser kaufen. Drei Freunde sind von deinem Konzept überzeugt und investieren jeweils 50.000 Euro. Du kannst zwei weitere Dönerbude öffnen und besitzt nun insgesamt drei Läden. Die Geschäfte laufen gut und du erzielst hohe Gewinne. Um dich bei deinen Freunden zu bedanken, gibst du ihnen einen Teil der Gewinne ab. Sagen wir, du machst einen Gewinn von 200.000 Euro. 160.000 Euro investierst du in dein Business. Und 40.000 Euro bleiben übrig. Und genau dieses Geld schüttelst du als Dividende an deine Freunde aus. Eine Dividende ist einfach nur eine Gewinnbeteiligung. Die Dividende kann auch andere Motive haben. Du möchtest zum Beispiel nicht, dass deine Freunde ihr Kapital wieder abziehen. Deshalb schüttelst du in jedes Jahr eine relativ hohe Gewinnbeteiligung aus. Damit sie eben schön dabei bleiben. An der Börse gibt es einige Unternehmen, die genau diese Taktik fahren. Wie zum Beispiel Shell. Der Ölkonzern schüttelt fleißig so um die 5% Dividende pro Jahr aus. Und das schon seit über 10 Jahren. Wie kann ich mit Dividenden Geld verdienen? Das ist ganz easy. Erstens, du kaufst Aktien. Zweitens, sie erzielen Gewinne und beteiligen dich mit einer Dividende. Drittens, die Unternehmen überweisen dir das Geld direkt aufs Depotkonto. Viertens, fertig. Ja, es ist wirklich so einfach. Für die Taktik brauchst du natürlich ein Aktiendepot. Unten habe ich dir meinen Depotfavoriten verlinkt. Da kannst du diese Strategie sehr günstig und einfach umsetzen. Ich nutze den Anbieter selber. Also klick rein. Jetzt musst du aufmerksam zuhören. Du darfst nicht irgendwelche Aktien kaufen. Denn nicht alle Aktien zahlen ein Dividende. Aber keine Sorge. Das Problem kannst du mit einer cleveren Strategie lösen. Und genau dafür habe ich die teuflisch gute Gelddrucker-Strategie entwickelt. Steigen wir direkt in die Strategie ein. Was sind Gelddrucker? Ja, es ist wirklich möglich. Einige Aktien sind echte Gelddrucker. Wie ich das meine? Die Dividende ist quasi gedrucktes Geld. Sie kommt pünktlich und fleißig aus Depotkonto. Du musst nichts weiter für dieses Geld tun, außer investiert zu sein. Aber Moment einmal, was sind Gelddrucker überhaupt? Gelddrucker eignen sich für Anleger, die eine Alternative fürs Sparbuch suchen. Oder wenn du einen Teil deines Depots relativ stabil aufstellen möchtest. Es sind also eher sichere Aktien von größeren Unternehmen. Bei der Auswahl musst du auf mehrere Merkmale achten. Keine Sorge, das sind ganz einfache Punkte, die wirklich jeder versteht. Es müssen zuverlässige Dividendenzahler sein. In den letzten 10 Jahren sollten es mindestens 9 Ausschüttungen gegeben haben. Wenn ich diese Zahlen einfach so reinschmeiße, klingt das verwirrend. Deshalb erkläre ich dir das alles anhand von Shell. Du siehst, dass die letzten 15 Jahre jährlich ausgeschüttet wurde. Erstes Kriterium erfüllt. Dabei sollte die Dividende ungefähr ähnlich oder wachsen sein. Es bringt dir wenig, wenn du einmal 8 Euro pro Aktie und dann plötzlich nur noch 1,20 Euro erhältst. Shell schüttete jährlich um die 1,13 bis 2,17 aus. Das passt soweit. Was du dir auch anschauen solltest, ist, seit wie vielen Jahren die Dividende nicht gesenkt wurde. Bei Shell gab es seit 2005 keine Senkungen. Was ein tolles Qualitätsmerkmal ist. Generell sollte die Dividende bei über 3% liegen. Du musst schließlich die jährliche Inflation von so 2% schlagen. Bestimmt ist dir aufgefallen, dass die Lebensmittel jedes Jahr teurer werden. Und das musst du irgendwie ausgleichen. Legst du dein Geld, zum Beispiel als Festgeld, für 5 Jahre an, gibt es gerade bis zu 1,85% pro Jahr. Die lettische Rietumobank zahlt dir für 5 Jahre jährlich 1,85%. Klingt doch super im Vergleich zum Sparbuch, nicht wahr? Legst du 1.000 Euro an, erhältst du nach 5 Jahren 92,50 Euro an Zinsen. Aber gleichzeitig hast du durch die Inflation 100 Euro herum verloren. Also hast du unter dem Strich so 8 Euro Verluste gemacht. Und dafür hast du dein Geld 5 Jahre lang geparkt. Daher ganz wichtig, immer auf eine Dividende von über 3% achten. Ich finde so 4 bis 8% optimal. Das Kurswachstum ist bei Gelddruckern eher zweitrangig. Wie ich sagte, ist es eine konservative Anlagetaktik. Im Vordergrund steht ganz klar die Dividende. Und wenn wir uns Shell ansehen, erfüllt der Ölkonzern auch dieses Kriterium. Die Dividende liegt meist so bei 5% herum, womit du die Inflation deutlich schlägst. Ein Werbeslogan für Gelddrucker könnte lauten, Gelddrucker sind konstante und zuverlässige Dividendenzahler. Eben die beste Alternative fürs Sparbuch. Gibt es auch Risiken? Ja. Denk an unser Dönerladenbeispiel zurück. Du möchtest, dass deine Freunde ihr Geld bei dir investiert lassen. Um sie glücklich zu machen, zahlst du ihnen eine Dividende. Aber nun schreibt dein Business rote Zahlen. Also was tun? Kein Dividende mehr zahlen? Nein, du zahlst ihnen trotzdem eine Dividende, aber eben aus eigener Tasche. Die Taktik kann nicht auf lange Sicht gut gehen, denn irgendwann bist du pleite. Du musst unbedingt vermeiden, in solchen Unternehmen zu investieren. Dabei helfen dir die Fundamentalkennzahlen weiter. Schalt jetzt aber bitte nicht weg. Ich möchte nicht total kompliziert über BWL sprechen, sondern dir nur eine einzige Kennzahl vorstellen. Ich zeige dir eine ganz simple Methode. Früher hatte ich auch Angst vor fundamentalen Zahlen, aber jetzt lache ich über mich selber, weil die Fundamentalanalyse wirklich einfach ist. Also steigen wir direkt ein. Ich persönlich mag die Webseite Market Screener. Dort tippst du die Aktie ein, die dich interessiert. Dann klickst du auf Fundamentaldaten und scrollst drunter zur Box Gewinn pro Aktie und Dividende. Drücke auf die Grafik und voilà. Ja, das ist die einzige Grafik, die zur kurzen Beurteilung ausreicht. Der Gewinn pro Aktie sollte in der Zukunft logischerweise größer als die Dividende sein. So siehst du, dass sich das Unternehmen die Dividende auch leisten kann. Die Ausstattungsquote sollte sich auch positiv entwickeln, also nach unten gehen. Dann hat das Unternehmen nämlich einen finanziellen Puffer. Beides ist bei Shell positiv. Ich habe auch ein negatives Beispiel für dich. CenturyLink, das ist ein US-Telekonzern, schüttet eine enorme Dividende von über 8% aus. 2019 soll die Ausschüttungsquote bei über 110% liegen und in den Folgejahren kann die Dividende gerade so aus dem Gewinn bezahlt werden. Daher würde ich persönlich nicht in CenturyLink investieren. Siehst du, das war es auch schon mit den Fundamentalzahlen. Eine simple Grafik reicht zur Beurteilung aus. Das ist gar nicht so schwer, nicht wahr? Bevor ich dir meine Gelddrucker vorstelle, möchte ich dir einen Tipp mitgeben. Schau dir auch immer den Chart an. Stell dabei als Zeitraum so die letzten 15 Jahre ein. Der Kurs sollte entweder seitwärts verlaufen oder konstant aufwärts gehen. Hier siehst du den Kursverlauf von Shell. Der Kurs schwankt so um die 25 Euro herum, was super ist. Shell drückt für dich also Geld und du hättest in der Vergangenheit öfters zu einem Kurs von über 30 Euro verkaufen können. Ein teuflisch gutes Beispiel für eine steigende Aktie ist die Münchner Rück. Der Kurs ist in der Vergangenheit konstant angestiegen, während es parallel eine attraktive Dividende von so um die 5% gab. Ich habe dir vorher 11 teuflisch gute Dividendenaktien versprochen. Der Finanzteufel hält, was er verspricht. Noch ein kurzer rechtlicher Hinweis. Die vorgestellten Aktien sind keine Anlageberatung. Kommen wir nun zu meinen Top Geldrücker Dividendenaktien. Shell und die Münchner Rück habe ich ja bereits genannt. Die Deutsche Telekom ist ein weiterer solider Dividendenzahler. Das gilt auch für das Teleunternehmen Freenet. Freenet ist aber deutlich spekulativer im Vergleich zur Telekom. Realty Income ist ein US- und Immobilienunternehmen, das eine monatliche Dividende ausschüttet. Movi ist ein norwegisches Unternehmen und Weltmarktführer für Zuchtlachs. Für mich ist das eine absolute Zukunftsbranche. Und das Beste, Movi zahlt eine tolle Dividende. Altria ist ein US-Tabakkonzern. Zuletzt sind die Kurse stärker gefallen, weshalb Dividende wieder sehr attraktiv ist. Die österreichische Post ist ein solider Dividendenzahler mit eher kleineren Kursbewegungen. Das IT-Unternehmen IBM ist auf Hardware, Software und Beratungsleistung spezialisiert. Givaudin ist ein echter Insider. Du bist mit dem Unternehmen bestimmt schon öfters in Berührung gekommen. Denn Givaudin ist der Weltmarktführer für Duftstoffe. Zuletzt ist der Kurs aber etwas stärker gestiegen. Daher kann man den Einstieg ein bisschen abwarten. Und zu guter Letzt McDonalds. Die Firma sollte wohl wirklich jeder kennen. Das waren meine Tipps direkt aus der Finanzhelle. Danke dir fürs Zuschauen. Lass ein Like da, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Was hältst du von Dividende? Hast du bereits Dividendenaktien in deinem Depot? Schreib doch bitte einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video.